In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... So ihr Lieben, wir waren gerade bei meiner Mami. Haben die ganzen Briefe abgeholt. Ich hab die jetzt auch durchgelesen. Fahren wir jetzt in die Stadt. Oh, der muss seine Einlagen abholen. Und danach haben wir auch Eis gesagt, glaube ich, nichts war. Ich krieg seit drei Tagen so schwer Luft. Das ist nicht normal. Oh Mann. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich bin total müde geworden. Ich hab mich hingelegt, konnte aber nicht schlafen. Wir waren kurz bei Mediamarkt. Oh, der hat sich Sniper Elite viel gekauft. Und für Haken habe ich Need for Speed Payback gekauft. Der wollte es haben. Ja, und ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar hat mich letztens jemand gefragt, warum ich denn Einlagen benutze in der Schwangerschaft. Ob ich meine Tage habe währenddessen? Nein, Leute. Während wir schon geschafft hatten wir natürlich nicht die Tage. Wenn ihr Brutungen habt, sofort zum Arzt. Aber ich wollte euch trotzdem was vorstellen. Und zwar, das kennen bestimmt schon einige. Das ist der Cosi Cup Menstrual Cup. Und zwar ist das... Also das kommt in so einer Verpackung an. Wenn ihr eure Tage habt, könnt ihr das benutzen. Vor allem an den Sommertagen finde ich das viel hygienischer. Klar, es ist Gewöhnungssache erstmal. Man muss sich dran gewöhnen. Aber danach ist das perfekt. Das ist so eine kleine Tasse. Da passen jetzt hier bei den kleinen 16 Milliliter rein. Bei dem großen 30. Es gibt zwei Größen. Das ist jetzt Größe 1. Es gibt auch Größe 2. Das gibt es auch in weiß. Ja, das tut ihr dann unten rein. Und könnt das dann als Tasse benutzen. Euer Blut fließt dann sozusagen hier rein, wenn ihr eure Tage habt. Das kommt in so einer süßen Tasche rein. Und hier ist nochmal eine Beschreibung drin, wie man das anwendet. Was auch sehr, sehr wichtig ist, Leute. Es gibt das auch als... Also die hier werden in Deutschland hergestellt. Ich sage es mal so. Und ich würde es auf jeden Fall in Deutschland... Also ich würde nur in Deutschland hergestellte Ware kaufen. Weil ich würde mir nichts anderes unten... Oder überhaupt... Ne, ihr wisst, was ich meine. 100%ig hohe Qualität hat das. Und so ist die Anwendung. Ich finde das viel hygienischer. Weil wenn ihr Winden treibt, jetzt im Sommer zum Beispiel, durch die Wärme riecht das auch unangenehm. Also ich finde jetzt im Sommer vor allem, stinkt das total. Und ihr müsst das alle zwei Stunden wechseln. Das könnt ihr halt ein paar Stündchen drin lassen. Und danach am Abend ausleeren und auswaschen. Da gibt es auch nichts zu ekeln. Und das stinkt dann auch nicht. Also ihr könnt das jederzeit kurz mal auswaschen und wieder reinschieben. Und das Wichtigste, das kann man jahrelang benutzen. Also dann spart ihr sowas von an OBs und Tampons und, keine Ahnung, Binden. Ja, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe immer zwei Binden benutzt. Während meiner Periode. Und das ist viel. Vor allem nach der Geburt würde ich euch raten, Nummer zwei zu bestellen. Weil dann hat man eigentlich, also bei mir persönlich war das jetzt so, dass ich eine stärkere Periode hatte. Jetzt bei jemandem, der schmal gebaut ist und noch jung ist, eine 18-Jährige, da würde ich Nummer eins nehmen auf jeden Fall. Also diese Menstruationskappen werden in Deutschland hergestellt, habe ich euch schon gesagt. Die sind latexfrei, allergiefrei, also allergenfrei nennt man das genau nicht, sorry. Und depotfrei, also die sind auf jeden Fall gut verträglich. Deswegen auf keinen Fall irgendeine China-Ware bestellen. Und nicht, dass da irgendwas, irgendein Missgeschick passiert. Ja, also das muss man so umknicken und reintunken. Und dann geht das drin auf. Oh Gott. Ja, das muss man auf jeden Fall üben. Am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, aber danach geht es eigentlich. Ich verlinke das mal unten in der Infobox. Die Größe 1 ist auch momentan reduziert auf 19 Euro noch was. Und Größe 2 müsste ich kurz gucken. Ne, Größe 2 kostet auch 19,90. Also ihr könnt euch das mal angucken. Ich finde das viel hygienischer. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, ob ihr das benutzen würdet. Also ich kann es jedem nur ans Herzen legen. Ich finde das viel, viel hygienischer. Ich weiß, dass das die ersten Tage sowieso richtig ekelhaft ist. Du musst doch fast alle zwei Stunden deine Binde wechseln. Und bei den großen, wie gesagt, passen 30 Milliliter rein und bei denen jetzt 16. Ich verlinke euch den Amazon-Link mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das mal gerne anschauen. So ihr Lieben, ich mache jetzt langsam Essen. Bei uns gibt es heute Pizza. Nebenbei lädt mein Video hoch heute ein bisschen später. Aber es ist bestimmt ja mein Freitag. Da geht das voll klar. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal Mais und Tonfisch. Es gibt nämlich bei uns welche Pizza. Ich habe gerade gefragt, hast du es auf Pizza? Ja. Was würdet ihr darunter verstehen? Moment. Dieses Smile ist da. Ja, und dann habe ich geschrieben. Nee, da hat er geschrieben, haha, ja, da drunter. Dann habe ich geschrieben, Tonfisch, Mais, Mozzarella. Ja, okay. Dann machen wir das. Ich muss auf jeden Fall Käse reiben hier. Und was noch? Oh, mein Arm tut weh. Hier habe ich auch noch gewöhnliche Käse, sehe ich gerade. Aber das ist definitiv zu wenig. Aber da gibt viel Käse. Mozzarella kann ich auch rausholen. Mein Teig ist schon aufgegangen. Und am 31.08. Da habe ich noch einen Mozzarella-Schimm. Okay, habe ich auch noch ein bisschen noch gewissen. Schaut mal, da hat Nina reingebissen. Ich glaube, auf Outer-Seite tue ich noch ein bisschen Jalapeña. Da gibt es. Sonst kommt da nichts mehr drauf. Das ist echt. Ich mag das nicht, wenn das zu voll ist, die Pizza. Obwohl, diese Oliven gehen auch immer ganz gut. Oliven kommen auch noch mit drauf. Grüne Oliven. Ja. So, wir haben jetzt schon 22 Uhr. Wir gehen jetzt schlafen. Und, ähm, ich würde sagen, der Wart geht morgen einfach weiter. Ich habe echt heute nicht viel gefilmt, glaube ich. Und, ähm, ja. Ich gehe jetzt kurz auf Klo. Und dann muss ich mich auch umziehen. Und schaut mal, ich wollte euch mal den Oberteil zeigen. Das kennt ihr schon, aber das sieht jetzt so süß aus, weil mein Babybauch jetzt da ist. Mein Babybauch sieht jetzt natürlich größer aus durch die Schwangerschaftshose. Ist ja ein dicker Stoff, aber guck, guck. Das sieht süß aus. Also bis gleich. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben mittlerweile schon 12 Uhr. Ich bin total kaputt aus der Puste. Ich habe gerade gebügelt. Das war so viel. Also ich müsste auch voll viel zusammenfalten und so. Ich bin einfach nur kaputt. Ich kriege kaum Luft. Dina hat leichten Fieber. Und sie bekommt hier hinten ihre Backenzähne. Ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe. Am Anfang, also wir sind schon fast draußen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie fiebert. Genau. Das Schlafzimmer habe ich ein bisschen aufgeräumt und ausgemistet. Kapierkram sortiert. Und, ja. Ich bin echt kaputt. Also, ich fühle mich auch total schlapp heute. Ich weiß auch nicht, warum er das auch voll spät schlafen klang. Der hat sein neues Spiel gespielt. Ich muss jetzt hier aufräumen. Ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. Der ist nämlich zum Friseur. Wir wollten gleich mit denen auf den Spielplatz gehen. Aber ich bin echt fix und fertig gerade. Also, ich kann nicht mehr. Ich wollte diese Waffeltorte machen. Die habe ich einmal auf meinem Kanal gezeigt. Aber ich habe das Rezept heute wieder gesucht auf meinem Kanal. Und ich habe es gelöscht. Ich habe so viele Videos gelöscht. Ja, ich habe auf jeden Fall, eigentlich braucht man 250 Gramm. Ich habe jetzt drei Packungen gekauft. Aber ich dachte mir, dann mache ich eine Torte für die und eine für uns. Obwohl, da weiß ich nicht, ob die Kirschkürze reicht. Ich muss mal schauen. Ja, dann habe ich noch vier Packungen Schlagsahne geholt. Sahne steig habe ich noch zu Hause. Und, ja, wie gesagt, Kirschkürze braucht man. Man kann auch rote Krütze benutzen. Aber ich benutze Kirschkürze. Ich hole jetzt auch alles raus und fange mal mit dem ersten an. Und wenn ich dann noch Platz im Kühlschrank habe, dann machen wir auch das zweite direkt. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall nochmal mit, weil das Rezept ist gelöscht. Und ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt wieder danach fragen. Deswegen nehme ich das lieber auf. Okay, ihr Lieben, also ihr braucht Kirschkürze, vier Packungen Schlagsahne. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache doch ein bisschen größer die Waffeltorte, weil da sind vier Kinder, oder? Alan, Dia und die zwei Jungs. Ja, vier Kinder, die Mama, der Papa. Das sind schon mal sechs. Danach ich, Odette und Lena. Ja, fast zehn Personen. Dann wäre es sonst zu wenig, wenn ich jetzt nur zwei Packungen benutze und eine Packung davon. Deswegen mache ich jetzt das in so einer Auflaufform. Also ihr braucht vier Packungen Schlagsahne. Ich würde mal sagen, zwei Packungen davon. Dann braucht ihr Sahne steif, vier Stück und Kirschkürze. Das war es auch schon. Das war es auch schon. Wirben, duper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Oh, not workin' out for me. Der Design ist jetzt fertig, die ist jetzt perfekt geworden und jetzt können wir gleich Schichten. Das ist jetzt die erste Schicht, dann kommt die Sahne drauf und dann die Kirchkürze, dann nochmal eine Schicht frisch einwaffeln. Ihr könnt jetzt die großen Waffeln nehmen oder die kleinen. Bei Dingen gab es jetzt nur die großen. Bei Norma oder Netto, keine Ahnung. So, das ist jetzt die Sahne. So, das ist jetzt wieder die Kirchkürze und jetzt kommen wieder Waffeln drauf. So, dann fertig. So, die Sahne hat perfekt gereicht und die Kirchkürze ist ein bisschen noch dran. Das sind übrigens bestimmt 500 Gramm, oder? Warum steht das nicht dran? Warum stehst du nicht dran? Moment, vielleicht hier drauf. Nee, steht nicht dran, aber ich denke mal, das sind 500 Gramm. Also so eine fette Packung. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig mit allem. Oh Gott, meine Augenringe des Todes. Ja, wir haben dann noch diese Tüte vorbereitet und jetzt bin ich auch fertig und ich bin auch froh, dass ich fertig bin, weil ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier noch aufräumen und Lena hat alle Kissen von der Couch auf den Boden geschmissen. Sie ist auch total müde. Sie hat heute keinen Mittagsschlag gemacht. Oh! Das war aber meine Schuld, weil ich bin mit ihr heute auf ein paar, also auf den Spielplatz gegangen. Und dann konnte sie natürlich keinen Mittagsschlag machen und wir haben jetzt schon knapp, wieviel Uhr? 20 Uhr. Sie geht jetzt auch in einer halben Stunde schlafen. Und dann haben wir auch nichts mehr vor für heute. Genau. Ich wollte euch auf jeden Fall das Rezept zeigen, weil das ist halt perfekt, wenn Besuch kommt oder... Ja. Das war es auch. Merkt es nicht. Es gibt echt nichts mehr. Also wir gehen morgen auf jeden Fall raus, essen. Wir gehen Kunde essen. Die, die mir auf Instagram folgen, die haben das gesehen. Es gibt einen Laden, Leute. Das ist bekannt in Izmir in der Türkei. Und zwar ist das... Hat der ein Video? Nee, leider nicht. Das ist so Brot. Oder so Burgerbrot mit verschiedenen Wurstsorten. Und danach kommt da drauf so geschmolzener Käse. Richtig lecker. Ich zeige das euch aber am nächsten Vlog. Ich kann jetzt sabbern. Und Audet ist das fast jeden Tag, weil der natürlich immer da ist. Und ja, morgen darf Madame auch wieder essen. Ich habe das bis jetzt zweimal gegessen und das schmeckt super lecker. Nur das ist total deftig. Also das ist sehr, sehr deftig. Da wirst du direkt voll. Genau. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch, bevor ich jetzt zu viel klappere. Ihr wisst, wenn ich einmal rede. Und das ist immer meine Position. Das habe ich heute mit Audet zusammen auch gemerkt, als er heute unseren Vlog geschaut hat. Audet schaut nämlich die Vlogs erst an, nachdem die online sind. Und ja, ich würde sagen, bis morgen. Dann nehmen wir euch mit zu... Mit... Mit... Durch unseren Familienalltag. Morgen ist der Sonntag und da ist Familientag bei uns. Und dann nehmen wir uns.